Herzlich Willkommen zum vierten Teil unserer Serie, die zwölf größten Fehler von Gründern. Heute im vierten Teil geht es um deine Einstellung. Denn die Beobachtung zeigt, dass die Menschen entweder gar keine Einstellung haben, also nicht ausgerichtet sind auf ein Ziel in ihrem Leben oder falsch eingestellt sind. Wenn du selbstständiger Kapitän deines Unternehmensschiffes sein möchtest, dann wird dein Schiff dorthin fahren und auch dort ankommen, wo deine Einstellung eingestellt ist. Was bedeutet das konkret? Wenn du beispielsweise dich selbstständig machst, um möglichst viel zu bekommen und wenig zu geben, dann ist das auch eine Einstellung, aber keine, die zielführend ist. Denn der Kunde interessiert sich zunächst dafür, seine eigenen Probleme gelöst zu bekommen und du bekommst im Gegenzug das Geld. Das heißt also, die Einstellung erfolgreicher Gründer ist genau andersrum. Es heißt zunächst zu geben, zu dienen, zu verkaufen, Probleme zu lösen, Produkte zu verteilen, um dann danach eine Rechnung zu stellen. Und wenn dein Fokus nicht darauf liegt, dass das, was du zuerst gibst, gut ist, einen Mehrwert hat, echten Nutzen bietet, den Fokus auf den Vorteil beim Grunden hat, dann wirst du auch wenig zurückbekommen. Es ist dann sehr wahrscheinlich, dass du nichts verkaufst oder dein Geld nicht bekommst oder die Kunden entweder deine Rechnung nicht bezahlen, Teilzahlung oder dich sogar verklagen. Unterm Strich ist es also wichtig, dass du sicherstellst, dass all deine Maßnahmen, all dein Vorgehen ausgerichtet ist, tatsächlich ein Ziel zu erreichen. Das Ziel ist nicht zuerst, dass du ein Millionär wirst oder 100.000 Euro im Monat verdienst, sondern das Ziel ist zuerst, dass du eine Person wirst, die 100.000 Euro im Monat wert ist. Und dazu gehört auch dein Unternehmen. Dazu gehören deine Werte, deine Vorgehensweisen. Also achte darauf, dass du deine Einstellung richtig einstellst. Und achte auch darauf, dass die Einstellung der Menschen, von denen du vielleicht bisher deine Einstellung übernommen hast, deine Eltern, deine Lehrer, deine Kultur, dass du auf den Prüfstand gestellt wirst, optimiert wirst und im schlimmsten Fall austauschen darfst. Also mach dich auf den Weg und beobachte erfolgreiche Unternehmer, wie die eingestellt sind. Suche den Kontakt, schaue dir Videos an, lies die Bücher und übernimm die Einstellung von diesen Menschen. Ich wünsche dir Erfolg dabei und wir sehen uns morgen zum fünften Teil.